Lektion 302 Wo Dunkelheit war, schaue ich auf das Licht. Und genau das ist die Veränderung, die eine veränderte Wahrnehmung hervorbringt. Wo wir Dunkelheit sahen, sehen wir jetzt das Licht. Was als Angriff erschien, wird zum Ruf nach Liebe. Und die Verrücktheit unseres Nachbarn wird eine Gelegenheit, um zu segnen. Und Steine, über die wir gestolpert sind, oder Probleme, über die wir gestolpert sind, das wird jetzt zum Drittstein in die Liebe. Und denn alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott will, dass ich sie lerne. Das Licht ist immer da. Aber wir haben auf die Dunkelheit geschaut. Und die veränderte Wahrnehmung zeigt uns das, was schon immer ist. Die Dunkelheit war nur unsere eigene Vorstellung. Und sobald wir die Dunkelheit aufgeben in unserem Geist durch Vergebung, wird das Licht erscheinen müssen. Es wird klarer, es wird heller, wir fühlen uns freier. Und ich glaube, wenn du diesen Weg schon seit einigen Tagen hier mitgehst, wirst du diese Veränderung schon bemerkt haben. Es ist gut, wenn du es bemerkst. Denn das Ego wird dir genügend Beweise bringen wollen, dir zu sagen, dass dies irgendwie nichts bringt, dass Vergebung nicht funktioniert, oder dass du immer noch nicht weit genug gekommen bist, um das Licht in dir wahrzunehmen. Dann beweise dir selbst, sage dir selbst, ich fühle mich freier, ich fühle mich lichter. Insbesondere dann, wenn ich die Vergebung auf allem ruhen lasse und wenn ich meine Schwestern und Brüder segne. Dann muss ich mich freier fühlen. Ich muss das Licht in mir erkennen. Vielleicht noch ein bisschen zaghaft, vielleicht noch ein bisschen schüchtern und noch nicht so deutlich, wie du es gerne hättest. Und dennoch kann ich dir sagen, wir haben jedes Mal, wenn wir uns den Lektionen hingeben, haben wir machtvolle Gefährten an unserer Seite, die uns genau in diesem unterstützen. Machtvolle Gefährten, die diesen Weg schon gegangen sind, die sich auskennen, die die Fallstricke kennen und die dir nun sagen, all dies sind Lektionen, für die du hierher gekommen bist, um sie zu lernen. Also all das, all deine dunklen Blicke, du bist hierher gekommen, um sie zu lernen. Du bist all die Erfahrungen, die du gemacht hast, die wolltest du machen, um sie in deinem Geist zu berichtigen, um stattdessen auf das Licht zu schauen. Da ist kein Fehler im System, der einzigste Fehler ist in unserem Denken. Und wenn wir beginnen, so auf unser Dasein zu schauen, dass wir nur noch vergebend darauf schauen wollen, dann werden wir erkennen, dass das Licht in unserem Geist ist. Das Licht ist in deinem Geist nach wie vor. Wie kann das sein? Du siehst, der Traum, den wir scheinbar träumen, scheint in sich sehr gut geschützt zu sein. Wenn das Licht nicht wahrnehmbar ist, es scheint ein in sich geschütztes Etwas zu sein, das einen enormen Energieaufwand betreibt, um sich selbst nicht im Licht zu erkennen. Ein kleiner Teil scheint sich herausgesprengt zu haben aus der Wahrheit, was niemals sein kann. Und das ist das, was wir diesen Traum hier nennen, was wir diese Welt hier nennen. Das Licht ist gekommen. Das bedeutet, wir müssen es nicht erschaffen. Wir müssen nicht das Licht anbeten. Wir müssen die Dunkelheit erkennen. Es gibt so viele Lichtanbeter, und die den ganzen Tag den Mund sich fuselig reden und sich einreden. Sie sind im Licht, 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 Licht. Und dennoch erkennen sie nicht, welche Dunkelheit sie immer noch in sich tragen durch Nichtvergebung. Und irgendwann wird sie sich sowieso zeigen und egal, wie viel Scheinheiligkeit wir hereinbringen wollen in diese Traumexistenz, die Dunkelheit muss angeschaut werden. Und wer das nicht tut, der möchte sich noch an die Dunkelheit binden. Wir müssen uns zumindest klar werden, dass die Dunkelheit in meinem Geist ist. All das, was ich in meinen Fernsehkanälen sehe oder in meinen YouTube-Filmen oder wo auch immer, welche Medien du anschaust, welche schrecklichen Kriege oder ähnliche Dinge. Ja, ich meine, warum kannst du es sehen? Warum kannst du es wahrnehmen? Es muss in deinem Geist sein. Du Träumer! Und wenn wir es anschauen, die Verantwortung dafür übernehmen und all die Dinge, Lektionen der Vergebung sein lassen, dann wird die Dunkelheit entschwinden in unserem Geist und dann wird da, wo bisher die Dunkelheit war, nur noch das Licht wahrgenommen. Es gibt schon etwas zu tun. Und die Lektionen anzuhören scheint hilfreich zu sein für den einen oder anderen und dennoch bist du aufgefordert, in die Praxis zu gehen. Ich meine, ein Maurer, der sein Leben lang den Plan studiert, der ihm vom Architekt überreicht wurde, wie das Haus zu bauen ist und er setzt keinen Stein auf den anderen, ja, der sitzt den ganzen Tag vor dem Plan. Er kennt den Plan in- und auswendig. Er weiß, wo alles sein muss. Er kennt sich perfekt aus und er kann anderen erklären, wie dieses Haus aussieht und er setzt keinen Stein auf den anderen. Und wir bauen hier den inneren Tempel des Lichtes. Und vielleicht können wir heute diese Worte benutzen, um auf die Dunkelheit, um wirklich die Dunkelheit zu finden und zu sagen, wo ich Dunkelheit sehe, entscheide ich mich, das Licht zu sehen. Punkt. Wo ich Dunkelheit wahrnehme, entscheide ich mich jetzt, die Liebe zu sehen. Wo ich Angst habe, entscheide ich mich jetzt, auf das Licht zu schauen. Ich muss schon anerkennen, was in mir ist und dann, wie schon so oft erwähnt, eine andere Entscheidung treffen, eine neue Wahl treffen. Und wenn ich diese Wahl treffe, dann werde ich, dann durch die neue Wahl, werde ich in eine neue Wahrnehmung gelangen. Das ist doch offensichtlich. Aber solange ich noch an meinen völlig verrückten Ideen festhalte, an meinen Überzeugungen, an meinen fünf begrenzten Sinnen, die gemacht wurden, um Grenzen aufrecht zu erhalten, solange muss ich auf die Dunkelheit schauen. Okay, du, du fragst mich vielleicht jetzt, ja, aber was ist die Dunkelheit? Alles, was endet, ist die Dunkelheit. Dazu gehören deine Pflanzen, die Natur, es endet, stimmt's? Sogar ein Stein wird enden und die Sonne wird enden. Der Mond wird enden, dein neues Auto, deine neue Wohnung, dein Haus, oder was auch immer. auch deine Hartz-IV-Bezüge werden enden und so weiter. Deine Eltern, so wie dein Partner, auch er wird enden. Ob es dir gefällt oder nicht. Und solange wir die Formebene wahrmachen durch Nichtvergebung, solange müssen wir arrangieren wir uns mit dem Tode, der uns nicht glücklich macht. Auch dein Bankkonto wird enden, ohne weiteres. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt weißt du zumindest, worum es sich dreht, um deine Welt, die enden wird. Das, was endet, ist die Dunkelheit. Das, was endet, ist Dunkelheit. Denn wir sehen es wie mit begrenzten Augen, mit einem begrenzten Geist. Heiliger Geist, nimm du, zeige du mir, was du siehst. Und das ist eine adäquate Antwort auf die Begrenzungen dieser Welt. Und dann schauen wir darüber hinaus. Wir schauen in eine Weite und in eine Größe jenseits unseres Denkens, jenseits unseres Geistes. Möchtest du deine Welt aufgeben? Und allem, restlos allem, was sich darin befindet? Hast du noch Angst davor, etwas zu verlieren? Dann gib die Angst des Verlustes deinem Hohen Selbst, der Liebe, dem Heiligen Geist. Ich kann mich heute entscheiden, auf das Licht zu schauen. Ich kann eine neue Wahl treffen. Irgendwann hat Helen Schackmann eine neue Wahl getroffen. Es muss einen besseren Weg geben. Gibt es für dich einen besseren Weg? Warum sich noch über das Leben aufregen, das du sowieso nicht verändern kannst? Warum noch etwas versuchen zu verhindern, was sich nicht verhindern lässt? warum die Dunkelheit immer wieder wahrmachen. Denke mal an etwas, das dich jetzt gerade beschäftigt. und mache dir klar, diese Beschäftigung ist die Beschäftigung mit der Dunkelheit. Mache dir das völlig klar. Du beschäftigst dich mit deiner Beziehung, mit irgendwelchen Dingen in dieser Welt. Das ist die Beschäftigung mit der Dunkelheit. Und jetzt kannst du dir sagen, wo Dunkelheit war, schaue ich jetzt auf das Licht. Und es wird verschwinden. Den wenigsten ist klar, dass sie, wenn sie sich mit irgendwelchen Dingen hier beschäftigen, dass sie sich mit der Dunkelheit arrangieren wollen und mit ihr beschäftigen. Das ist den wenigsten klar. Und deshalb liebt es ja das dunkle Denksystem, das wir Ego nennen, dass wir uns mit den Themen dieser Welt beschäftigen, um uns darin zu verlieren und keine Lösung zu finden. Und die Lösung ist immer das Licht. Das ist die Lösung. Und du kannst es ausprobieren in kleinen Dingen, die dir so den Alltag über begegnen. Und du anerkennst, dass du dich gerade wieder mit Dunkelheit auseinandersetzt und beschäftigst. Und du sagst dir, wo Dunkelheit war, schaue ich jetzt auf das Licht. Und wenn sich die kleinen Dinge, die sogenannten kleinen Dinge in deinem Geist dadurch klären und heilen, dann kannst du dich auch mit den globalen Themen damit auf diese Art und Weise auseinandersetzen. Die globalen Themen wie Hungersnöte, wie Kriege, wie Energiekrise oder Umweltkatastrophen. All dies ist in deinem Geist. Und du kannst es durch das Licht ersetzen lassen. Wenn du willst. Ich meine, in dir ist der Geist Gottes. Er kann die Dunkelheit wahrmachen oder das Licht. Und wer die Dunkelheit wahr macht, für den fühlt sich das völlig echt an. Und er hat tausend Beweise und Messinstrumente entwickelt, dass die Dunkelheit wahr ist. Alle Messinstrumente dienen nur dazu, um zu bestätigen, dass die Dunkelheit existiert. Alle Messinstrumente sind Werkzeuge der Dunkelheit und nicht des Lichtes. Und so weißt du jetzt zumindest, worum es sich dreht. Und wer die globalen Themen in seinem Geist heilt, der ist wahrlich ein ein Wunderwirkender, der hilfreich ist. für die ganze Welt. Und in der Lektion, in irgendeiner Lektion wird uns gesagt, du bist das Licht der Welt. Und jetzt weißt du, um was es sich hierbei dreht. Du, nicht der Körper. Der Körper ist ein Ausdruck der Dunkelheit. Auch der Körper wird geträumt. Aber du bist kein Körper, du bist Licht. Vater, endlich öffnen sich unsere Augen. Deine heilige Welt erwartet uns, wenn unsere Sicht endlich wieder hergestellt ist und wir sehen können. Wir dachten, dass wir litten. Doch hatten wir den Sohn vergessen, den du erschaffen hast. Jetzt sehen wir, dass die Dunkelheit unsere eigene Einbildung ist und das Licht da ist, damit wir auf es schauen. Die Schau Christi verwandelt die Dunkelheit in Licht, denn die Angst muss verschwinden, wenn die Liebe gekommen ist. Lass mich heute deiner heiligen Welt vergeben, auf das ich auf ihre Heiligkeit schauen und verstehen möge, dass sie nur meine eigene widerspiegelt. Lassen wir heute die Dunkelheit vergehen und entscheiden wir uns in jeder Situation, in jedem Augenblick für das Licht und wisse, dass es eine Entscheidung ist. Was du wahrnimmst, willst du sehen. Unsere Liebe erwartet uns, während wir zu ihm gehen und wandelt neben uns, indem sie uns den Weg weist. Er versagt in nichts. Er ist das Ziel, welches wir suchen und er ist das Mittel, durch das wir zu ihm gehen. Unsere Liebe bedeutet für mich Christus und für mich und vielleicht auch für dich symbolisiert diese Liebe Jesus. Vielleicht möchtest du an ihn als dein höheres Selbst denken. Ein Mittel um unsere Reise, um das Ziel unserer Reise zu finden. Er wartet am Ende und ruft uns zu sich und doch geht er an unserer Seite. Er belehrt uns, wenn wir es nur wollen, führt uns und gibt uns Kraft auf unserer Reise. Nehmen wir heute die Hilfe von Jesus an und sind dankbar für seine Begleitung, während wir durch diesen Tag gehen in jedem einzelnen Augenblick. Danke Jesus. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe-Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Dein Tschüss. Dein